Drei Tage, 24 Meisterwerke und drei Levels. Tauchen sie ein in eine Welt voller Energie und Leidenschaft, wo jeder Schritt eine neue Note in der Sinfonie des Discofox ist. Beim jährlichen Discofox-Festival der Tanzschule Traumtänzer findet jeder sein Tanzglück. Wir haben auf jeden Fall heute neue Figuren gelernt. Das ist uns auch sehr wichtig gewesen, aber vor allem auch mal die Musikalität im Discofox sozusagen auszuleben. Das Discofox-Festival ist ein Anziehungspunkt für Tanzbegeisterte verschiedenster Erfahrungsstufen, von Neulingen bis hin zu fortgeschrittenen Hobbytänzern. Die Vielfalt an Workshops, die individuell auf die Fähigkeiten der Teilnehmer zugeschnitten sind, öffnet eine einladende Tür zur Welt des Discofox. Sehr, sehr erstaunt, dass viele Anfänger sehr, sehr schön so eine Technik, die auch schon ein bisschen Ansprüche stellt, die man aber auch weiter ausbauen kann, dass die so perfekt geklappt hat. War ich völlig begeistert. Selbst absolute Anfänger haben hier die Chance, sich in den pulsierenden Rhythmus des Discofox zu stürzen und die Freude am Tanzen zu entdecken. Wo zu drehen macht immer Spaß. Am Ende war eine Figur dabei, die war nicht ohne. Da muss der Mann aufpassen, dass die Dame nicht auf dem Boden liegt, aber das ist nicht passiert. So stehen den über 100 Teilnehmern namenhafte Trainer wie Klaus Lustig mit Jennifer Striegan, Teddy Rinke und Michael Rüschel zur Seite, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Ihre Expertise trägt dazu bei, dass das Festival für alle eine bereichernde Erfahrung wird, unabhängig vom Tanzhintergrund. Die Berliner Szene im Discofox ist natürlich noch sehr klein. Die wollen wir ein bisschen aufbauen. Und dafür das Vertrauen zu bekommen von der Tanzschule Traumtänzer, ist natürlich super hier zu sein. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Riesig. Die Energie ist ansteckend, während die Stunden vergehen und die Teilnehmer ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Zwischen den Workshops teilen sie Geschichten, lachen gemeinsam und freuen sich auf weitere Discofox-Partys in der Tanzschule Traumtänzer.